Hallo und herzlich Willkommen bei TTT. Heute haben wir eine neue Map, das... Ja cool, hier ist auch Musik. Und wir spielen heute hier in dieser Map im Wald. Na, das ist so ein Wald und äh... Ja, die sind die Trappy Cottage, ne? Was macht denn die? Trappy Cottage. Oh, die macht äh... hier. Oh, geil. 3 Sekunden. Alter. Geht's doch nach Horizon? Leute Gott... Ab in den Untergrund! Ich geh da nie rein, ey. Und vor allem, wenn der Curry-Trader... ist der Curry-Candy-Map in- und auswendig? Es gibt hier aber gar nicht so viele Trailer... Au! Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt hier ne Trailer-Falle gibt. Mhm. Ja, ja, klar Curry, überall wo das rot... äh... das weiße Händchen ist. Das weiße Händchen. Und vor allem, der Curry-Candy soll es da auch viele Trailer-Fallen geben, weißt du? Oh, ich weiß genau, so viele Fallen... Nein, viele Fallen, hab ich gesagt. Mhm. Kann die jeder... kann die jeder aktivieren? Ja. Komm mal mit. Ey, komm mal mit. Hey, komm mal mit. Hast du noch den Fuß zu angehauen? Ich geh weg. Ja. Ich bin weg. Also, da mach ich nicht mit. Ich bin weg.de. Alter, Tobi, Schleichwerbung. Danke für den Spani. So, hau, 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 hau... Kann ich jetzt runtergehen? Wo seid denn hier alle? Hau, 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 hau... Oh, krass. Hau, hau, hau... Hau, hau, hau... Hau, 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 hau... Hau, hau, hau... Hau, hau, hau... Hau, hau, hau... Ich hab grad was ausprobiert. Hau, hau... Alter, ich hab voll Angst, dass ihr mich kaputt macht. Hä? Ich mach doch gar nichts. Hau, 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 hau... Hau, hau, hau... Hau, hau, hau... Hau, hau, hau... Oh, passiert jetzt nichts. So läuft das. Hä? Ja generell, was ist das die alles? Ah, okay. Was macht ihr denn? Ich hör Leute laufen. Ich hör schon mal heftigen Scheiß, nicht? Ja, Leute, Mensch. Da warst du. Hä? Das geht dir gar nicht. Hä? Was war das? Was ist das denn? Hey Leute, was war das? Was denn? Oh, ich glaube, ich weiß, dass wieso die Fester hier stehen. Zeru... Ähm... Zeru... Ähm... Zeru... Ich bin ja nicht Traitor. Ja, wenn Splitz ist, ist nicht gut, Leute. Genau, es witzelt aber nicht mehr. Witzelt nicht mehr? Okay, dann geht's wieder. Jetzt geht's. Oh, okay. Jetzt wieder nicht. Palau! Hier ist der Knopf übrigens, ne? Da oben, Stefan, ne? Hey, wir können euch jetzt alle töten können. Hier ist der. Wir sind doch gar nicht mehr im Wasser. Hier ist auch ein Knopf. Was passiert da? Hier auch, oder? Geht nichts. Toll. Toll. Hau, 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 hau... Heftig! Hau, 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 hau... Hau, hau, hau... Hau, hau, hau... Hä? Hä? Oh Mann, Alter. Was ist das hier alles? Das ist für das Secret hier, dieser Raum. Ja, okay, und was muss man da machen? Man muss diese Teile hier hinbringen. Wohin? Wohin bringen? Auf dieser Platte hier. Achso, die findet man hier irgendwo nochmal, oder was? Ja, genau. Wieso? Tobi, warum? Ja, das geht wieder. Ja, ja, aber warum... Bist du Traitor und wolltest das auslösen? Hä? Du hast es gerade ausgelöst, du Penner. Nein, aber warum fragst du mich, warum ich das mache? Nein, 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 nein... Also, da ist ein Bumerang. Da ist ein Bumerang. Hey, wo? In seinem Arsch ist ein Bumerang. Hey, Pan! Pan! Ja, ja, ja! Pan! Ok, das hier ist ja verdächtig. Weißt du, was du Pan heißt? Pan? Ja, was? Pan? Ja, ja. Was passiert hier? Seid ihr wahnsinnig. Seid ihr irgendwie alle komplett bescheuert? Pan? was machst du denn? Loll! Mann, was ist denn da, ist das denn ernst? Warte, ich bin unbewaffnet! Ich, 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 mach nicht mal... Hä? Scheiße! Hä, was war das denn? Ich hab dich voll getroffen, versteh'n. Ich hab das jetzt auch gemacht, dass ich mich tue. Könnt ihr mal rum? Aber wir können von hinten auch noch erschossen! Ihr Penner, nehmt mich einfach mit dem großen Brötchen! Du hast eine Löschschütte gemacht, aber... Ey, lass mich durch! Geh weg! Ah, meine Hütte! Huddle, Huddle, Hau! Wie lange noch, wie lange noch, wie lange noch, wie lange noch? Weg da, weg da, weg da! Ich will auch rein, ich will auch rein! Ey, ey, ey! Ey, 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 ey! Guck mal hinter dich! Nein, möchte ich nicht! Boah, voll die, voll die... Was hast du da gesehen? Hammergeil! Der Kopf ist gefährlich! Ich drücke ihn! Huh! Huddle, Huddle, Hau! Äh, Aua! Ah, mein Fuß! Ich glaube, ich hab nur den Nagel umgepumpt! Oh mein Fuß! Na, Erik, geh ruhig weit! Ja, Tobi, geh doch mal rein! Geh doch mal rein! Tobi, ey, Tobi! Tobi, Tobi! Ey, Tobi! Ich hab überhaupt schon mal gerade, wenn du... Tobi, was ist los? Jetzt geh ich durch! Tobi! Was ist hier los? Ne, Tobi! honey, was ist hier los? Warte ist hier los, Freunde? Warte ist hier los? To bilppin, geh rein! Warte ich geh rein! Oh. Hä? Wollen wir euch vergiften? Ihr geht denn da freiwillig rein, Alter? Ich hab keine Ahnung, aber du kannst doch... Paan, was machst du denn, was denn? Die Pan, was hat denn hier? Tobi, du hast auf den Klopf gedrückt, Mann! Nein, das war ich nicht, das war Eric. Ey, Eric ist doch gerade reingelaufen, willst du mich verarschen, Tobi? Nein, ich war's nicht. Du hast auf den Knopf gedrückt. Entschuldigung, ich war da drin und hab mich selber getötet und ich hab auf den Knopf gedrückt. Ja, du hast dich und Ere getötet. Ja, aber ich war gleichzeitig, wo ich irgendwie nach draußen bin. Ich bin direkt hinter der Tür. Oh Mann, oh. Ich hab keinen Knopf gedrückt. Ich war's nicht. Da war's Pan, Alter. Das gibt's doch nicht. Diese Map ist voller Hysteria. Warum drückst du denn den Knopf, wenn du da drin stehst? Ich wusste ja nicht, was passiert, wenn ich dir so einen Knopf da gefährde. Ich wusste ja nicht, was du draufdrücken. Ja, toll. Genau wie damals, dass du auf das C4 geschossen hast. Die Scherf sind schärf. Bumm. Ja, das war lustig, ne? Super lustig. Das ist aber gemein hier. Jungs, man macht echt keinen Spaß hier mit den Fallen, ne? Fallen. Ja. Fallen. Ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Komm, komm mit, komm mit jetzt. Komm mit sofort mit. Ah, was ist hier los? Du kommst jetzt sofort mit dir. Nein, nein, nein. Ich will wissen, was dir passiert ist. Was hast du hier gemacht? Was ist hier passiert? Wie soll ich das verletzen? Ne. Du hast hier eine Falle ausgelöst? Ja, hab ich. Warum? Ja, warum denn nicht? Oh, machst du doch was? Muss ich gucken. Du sollst das? Pan, du bleibst jetzt hier. Hey, Kong. nein du bleibst hier jetzt hier nein du bleibst jetzt hier paren lass es ich schieße auf den fuß nein ja mach doch ich schieße die auf den fuß nein ich werde vielleicht irgendwas hast du getötet nein curry hätte der ist hinter mir jetzt habe ich gesagt hat in der kamera eric ich habe ich nicht raus lauf 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 ja dann lass mich durch lass mich einfach durch komm es geht doch es geht wieder los es geht doch Tobi du dreckst du auf diese beiden übertreibend wieder im oberenck der junge alter was denn eins dieser items die man da hinbringen soll irgendwo keine ahnung okay das geht wohl nicht hey du komisches ding komm mal bitte mit auf jeden fall habe ich gefunden und ich habe keine ahnung wo muss man das hinbringen da wo ich dachte für eine fasche hier da ist scheiße runtergefallen da ist eine grüne tür da wo das gift ist genau da wo das wasser elektrisiert ist da muss man es hin bringt jetzt mal willst du mich verarschen hier ohne scheiß jetzt warum komme ich nicht darüber wieder nach unten du komisches zeug äh thomas curry tobi lol tobi das ist also dein tobi nein tobi nein tobi nein tobi das ding hab ich gesaved glaube ich jetzt nicht das ist die heilige batterie von san josef mal fahren war noch was durch die taschenlampe aus ich sehe doch nichts dann mensch aber du siehst doch den namen wenn du da in den fadenkreuz läuft den namen von so weit weg glaube ich nicht doch 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 den namen siehst du schade eh ja man probier mann warum verdächtigt niemand tobi tobi ist immer ja ich vor allem ich will da um mein leben weißt ja der war überhaupt nicht geoveracted ja der war überhaupt nicht geoveracted ja okay oh ich habe eine batterie gefunden hat die ganze zeit mit der ist mir begegnet hat auch gesagt was soll ich den typen glauben den alten kümmen ey erik erik warum tust du das erik curry lebst du noch sei ehrlich das ist eine miese falle ich glaube ich hab die miese falle überhaupt gefunden die falle hier ist so mies einfach das gibt es einfach nicht das war voll scheiße ich habe vorhin in der wand festgeklebt ich konnte nichts machen so scheiße aus ich hab doch alle scheiße hier dass wir jetzt stehen stehen bleiben pan hey was 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 hast du eine lektion gelernt was willst du von mir digga was willst du von mir digga habibi du wolltest was drücken paden ne es war so verlockend jetzt das weitergebrochen ähhhhh 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 ja der bro ist doch schon wieder du auf live ey ähh ähhhhh 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 hey ach der der er ist jetzt schon wieder ähhhhh ähhhhh der ich drück ich drück ich drück oh was was passiert denn hier was habt ihr gemacht ich weiß es nicht Thomas 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 Tobi was passiert sag jetzt der ist ins gift gelaufen der ist ins gift gelaufen von alleine ja klar der stunde drin ich habe das ding zugemacht Ach toll, Tobi. Hey, hier ist es aber gar nicht. Wir schrien alle. Moment, Tobi. Hast du deine Leiche mitgenommen? Was denn? Was denn? Ich habe schon wieder ein Item gefunden. Wo bist du? Nee, scheiß mal auf die Items. Wir haben hier Tobi. Mann, der will uns alle töten. Nein. Überhaupt nicht. Nein, das macht er nicht. Es war halt einfach lustig. Es war halt einfach lustig. Es war halt einfach lustig, Kevin, bitte. Ja, ja. Weiß wie lustig, dass es vielleicht sein wird, wenn ich dir ins Gesicht schieße? Aha. Er ist ins Gift gelaufen, oder was? Du dreckiger Drecksack. Ich habe die Leiche ja mitgenommen gehabt. Nee, glaube ich nicht. Okay, Pahn ist es. Pahn ist es falsch. Hä? Wird sie verarschen? Oh, warte, ist falsch. Was, oh? Hm? Was, oh? Tobi, du bist der Traitor. Oh Gott. Du hast überhaupt keine Beweise. Doch! Schieß, Tobi, schieß, komm. Tobi, hör auf, bitte. Du Fickskopf! Nein! Du Arschloch, Mann! Das ist schitzend knapp, ey. Alter, der Tobi ist so ein Dreck. Hier! Oh, der ist ins Gift gelaufen! Ja, mega glaubwürdig, du, als Tobi. Aber dein Abgang war nice. Alter, was hast du mit dir gemacht? Wieso bin ich... Ich hab fünf Minuten rumgezittert. Also war der Bumerang? Der mit seinem Bumerang immer, Tobi. Sei mal ein bisschen kreativ hier. Was bist du denn? Du warst ja schon nicht mehr... Erst Babygun, dann Bumerang. Das reimt sich alles, Tobi. Babygun, Bumerang. Ich bin der Einzige, der zwischendrin mal ne Bombe benutzt, vielleicht auch mal so ne... Ach komm, Tobi, du Bombehörmer. Ja. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt ne Bombe benutze, wisst ihr sofort... Alter. Hä? Hey, was denn? Der stirbt jetzt, oder was? Alter? Der stirbt! Was denn? Tobi stirbt! Tobi stirbt! Tobi stirbt! Tobi, wo denn? Hä? Was? Hä? Was ist denn los? Hä, Pan, was ist passiert? Weiß ich. Wo denn? Wo war das? Ich glaub, das war hier hinten. Der Junge. Ich wollt nicht voll ausprobieren, Mann. Ich hab vorhin hinten den Sound gehört. Oh nein, der Sound... Hey, was denn? Hier trennt sich unsere Wege. Seid ihr jetzt beide tot? Ihr müsst da leise sein, ne? Äh, Curry, du... Also du bist ja offensichtliches Traitor, ne? Warum? Nö, nö, nö! Geh! Geh! Hey, warum? Du weißt doch gar nicht, ob die tot sind. Doch, die sind tot! Pan, bitte denk nach! Geh! Nee, 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 das weißt du nicht, Pan! Geh! Geh! Du musst nachdenken, Pan, bitte! Bitte! Okay, dann sag mir, wieso ich glaub so, dass du nicht Traitor bist. Weil wir keinen Beweis dafür haben, dass die beiden tot sind. Also der Tobi schon, aber der Erik nicht. Ich weiß nicht, du kamst ja aus der Richtung. Achso. Du bist es einfach. Nein. Nein. Ich hab dich entlarvt. Oh Gott. Pan, lass uns Erik suchen, komm. Tja, das ist dann jetzt wohl scheiße. Was denn? Nichts! Hast du die gefunden? Ja, ich hab die gefunden. Da steht, der Curry hat die getötet. Achso. Ja. Das ist ja überhaupt nicht lustig. Wo bist du denn, du kleiner Dreckiger? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, Pan, okay. Pan? Ja? Ja. Was ist passiert? Hey. Wo bist du? Weiß ich nicht. Ah! 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 Ich krieg dich schon. Ey. Köndie. Ja. Köndie. Ja. Köndie. Ja. Köndie! Pardon? Ja. so dass ich das kämpferschwein ja ich bin weg du bist du dreckiger kleiner dreck sack wo bist du ich bin abgehauen jetzt kommt doch mal mir ein schier jetzt komm du da wo bist du denn warum lasst du so leck mich was denn wir grinst denn da so doof die ganze zeit ich grinse nicht wahrscheinlich laufen die ganze zeit aneinander vorbei auch mann find mich doch mal ja ja ich weiß ja komm doch mal vorbei ja dann hör doch zu campen ich soll camp als trader oder was ergibt doch gar keinen sinn war das ist dein style dann ist aber bitte nach der ruhe ich glaube ich jetzt zu stehen Dreckiger Dreck, sag du Dreckiger Okay Nein Mann ey Der Endschuss Ich hätte schon dreimal killen können, Alter Ich dachte immer so, drück auf den Knopf Drück auf den Knopf Ja, hab ich mir auch gedacht Aber mega, wie Curry die ganze Zeit zum Fass wurde Und Pan 5, wenn ich vorbeiläuft Boah, das war so geil Bei Eriks Leiche stand zweimal das Fass an einer anderen Stelle Ja, und ich dachte, schieß ich jetzt gegen das Fass Ist das vielleicht der Curry? Mach's doch einfach, kostet doch eine Mission Ja, aber er hört mich dann, ich hab ja auch gestrichen extra Ist doch egal Ach ja Du hast ja hinter Curry versteckt und es nicht weitergehen kann Na ja War aber lustig War lustig, ne? Die Map ist echt cool, muss man sagen Die Map ist echt sehr geil Tobi Ja? Es hat sehr viel Spaß gemacht, dich zu zerquetschen Aber es ist mir leid Danke Was ist passiert, ohne Arme? Du hast mich aber aus der Falle noch mit dem Kopfschuss erledigt dann Ich weiß, ja, ich weiß Deswegen war ich auch gar nicht angepisst Okay, das ist gut Ich musste sehr lachen Es tut mir leid, aber es war trotzdem lustig So, nächste Folge im Powerplant Oder wie? Ich weiß nicht, ob wir noch eine Folge aufnehmen, aber Wenn dann ja Stimmt, heute ist ja erstmal Aufnahme am Ende Und dann nächstes Mal gucken wir, wie es weitergeht Genau Ich bin noch weiter Ja Achso, ja Tschüss, ne? Bis zur nächsten Folge Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss, tschüss ist er Tschüss, tschüss ist er Tschüss, tschüss ist er